Florian Silbereisen ist wohl wieder in festen Händen. Seit der Trennung von Helene Fischer im Jahr 2018 ist der Sänger, sofern öffentlich bekannt, Single. Doch am Pfingstmontag wird er beim Turteln erwischt. Gemeinsam mit Sarah Henschel, der angeblich neuen Frau an seiner Seite, genießt er eine Bootstour. Ihr Lachen soll man weit über den See hören. Ein Freund verrät außerdem, Bei Flo und Sarah wurde in kleinen Schritten aus einer Bekanntschaft, Freundschaft und dann Liebe. Sarah ist kein Püppchen, die ihren berühmten Freund anhimmelt. Sie ist sympathisch und charmant, aber auch praktisch und bodenständig. Die 34-Jährige soll bereits seit knapp anderthalb Jahren mit dem Schlagerstar zusammen sein. Anfang 2022 zieht sie angeblich sogar bei ihm ein. Die beiden führen ein ganz normales Leben. Kochen und Grillen zu Hause genießen die Zeit mit ihren Freunden. Ob Florian seine Sarah bald auch persönlich seinen Fans vorstellt, bleibt daher ungewiss.